Oh, Mitriuszkin lässt diesen Ball über den Fuss rutschen. 3-1 für Basel. Was für ein bitteres Comeback nach über 600 Tagen. Eigentor von Jan Bamertz. Mitriuszkin will den Ball stoppen. Und dann passiert das, was in den schlimmsten Träumen der Torhüter vorkommt. Wir brauchen das nicht weiter zu kommentieren. Der Russe tut...